Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Die Charge Rifle wurde ein zweites Mal genervt und diesmal fühlt es sich tatsächlich wie ein Nerf an. Wer das erste Video verpasst hat von nicht mal zwei Wochen, die Charge Rifle wurde schon mal genervt, in Anführungszeichen. Es wurde eigentlich nicht viel verändert. Der Munitionsverbrauch wurde von einer Kugel auf drei pro Schuss erhöht. Und man konnte mit dem lila Magazin maximal sechs Mal schießen. Keinem kam es wie ein wirklicher Nerf vor. Jetzt wurde die Charge Rifle tatsächlich so angegangen, dass es in Zukunft nicht mehr möglich ist, so extrem von der Waffe penetriert zu werden. Was wurde geändert? Das allererste, was extremst auffällt, ihr seht es unten rechts. Wir haben eine Maximalkapazität von zwölf Schuss jetzt. Es ist immer noch ein Verbrauch von drei Kugeln. Aber es gibt in Zukunft kein erweitertes Magazin mehr. Das heißt, findet ihr die Waffe, könnt ihr maximal vier Mal schießen und danach müsst ihr nachladen. Die Nachladezeit ist nach wie vor sehr, sehr lang, was ich sehr, sehr gut für diese Waffe finde. Was fällt aber auch auf, zieht euch mal das Timing zwischen den Schüssen rein, beziehungsweise die Zeit, die zwischen den Schüssen vergeht. Die wurde nämlich erhöht. Ihr konntet in einer Sekunde 1,1 Mal schießen. Jetzt sind es nur noch 0,95 Schüsse pro Sekunde. Klingt erstmal nicht viel, aber ich finde, wenn man das ein paar Mal macht, ich finde, man merkt extrem den Unterschied. Und was am meisten auffällt bei der Änderung tatsächlich, der Grundschaden ist bis auf 150 Meter immer noch 90. Und wenn ihr die 150 Meter Distanz überschreitet, gibt es endlich einen Schadensabfall. Ich gucke mal, ob das hier schon reicht. Ne, das reicht noch nicht. Gehen wir noch ein bisschen zurück. Auf einer Distanz bis 400 Meter, das ist dann nur noch ein Schaden von 30. Da merkt man es dann auf jeden Fall extrem. Ups, ich war nicht richtig drauf. Zack, hier sind wir nur noch bei 71. Die weiteste Distanz, die wir hier ungefähr haben können, ist von hier. Da kommt ihr auf 68 bis 69 Damage. Zack, 68 Damage. Das ist das Niedrigste, was ich hier im Trainingsmodus euch visuell veranschaulichen kann. Das ist auf jeden Fall eine absolut geile Änderung. Ich denke, jetzt wird es umso seltener sein, dass man so extrem penetriert wird von dieser Waffe. Vor allen Dingen, wenn man vielleicht in irgendein Sandwich gerät. Also es ist auf jeden Fall eine super Sache. Ich hoffe, dass mit diesem Nerf die Wahrscheinlichkeit, auf nervige Gegner zu treffen, die ständig nur mit dieser Charge Rifle treffen, ein bisschen verringert wird. Es ist auf jeden Fall der richtige Weg in die richtige Richtung. Ich bin mal gespannt, ob es in den nächsten Wochen sich abzeichnet, ob dieser Nerf reicht oder ob man an der Waffe nochmal was ändern muss. Und ich habe schon viele Abonnenten gehabt, die der Meinung wären, es wäre besser, wenn das eine goldene Waffe aus einem Airdrop wäre. Wenn sie denn genauso stark wie am Anfang wäre, wäre ich total der Meinung. Aber mit dem Nerf, finde ich, ist das der richtige Weg. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass dieser Nerf vorerst reichen wird. Im Nahkampf wird es immer noch mega nerven. Und ich denke auch, dass da die Feuerrate keinen großen Unterschied machen wird. Wir werden es in Zukunft sehen. Lasst in den Kommentaren mich einfach mal wissen, was ihr von dem Nerf haltet. Findet ihr das eher gut oder eher schlecht? Ich hoffe, dass die meisten von euch das eher positiv sehen. Ich bin auf jeden Fall positiver Dinge, was diesen Nerf betrifft. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Restsonntag. Lasst wie gesagt ein paar Kommentare da, einen Daumen, wenn ihr das Video toll fandet, informativ. Und wenn ihr neu seid und keine Infovideos von mir verpassen wollt. Das war es von mir. Macht es gut. Ciao.